Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights und den aktuellen S04 News. Rund um Darko Chulinov gab es ja zuletzt sehr, sehr viele Meldungen, auch viele Details, die uns Fans auch möglicherweise zu veranlasst haben zu fragen, warum ist denn der Deal noch nichts geworden und wird der Deal vielleicht noch was. Denn klar ist ja, Schalke möchte Darko Chulinov grundsätzlich behalten, Chulinov möchte auch grundsätzlich gerne bei Schalke bleiben und der VfB ist auch bereit, ihm abzugeben, aber logischerweise eben nur zu deren Bedingungen und darauf kann eben Schalke aktuell noch nicht eingehen. Rufen Schröder wurde gestern auch nach dem öffentlichen Training zur Personalie Chulinov befragt und hat dann folgendes gesagt, wir können die Personalie so nicht umsetzen, Hexen können wir nicht, aber die Tür ist nicht komplett zu. Und ich denke mal, genau das deckt sich mit dem, was wir auch schon besprochen hatten. Grundsätzlich ist sicherlich Darko Chulinov ein sehr, sehr interessanter Spieler und auch theoretisch zu finanzieren, aber eben noch nicht jetzt. Denn aktuell gibt es einfach im Kader noch Baustellen, die deutlich wichtiger sind als eine weitere Offensivverstärkung. Je nachdem in welchem System man spielt, könnte eben Darko Chulinov gar nicht mal so gut hineinpassen oder eben auch erstmal nur ein Backup sein. Und gerade deswegen macht es nämlich auch deutlich mehr Sinn, aktuell eher nach dem rechten Verteidiger und nach dem Innenverteidiger zu schauen, bevor man ein, zwei oder drei Millionen für Chulinov ausgibt oder sie durch eine Laie mit Kauppflicht verplant. Und somit finde ich die Aussage von Rufen Schröder vollkommen richtig und vollkommen okay so. Aber natürlich ist auch klar, dass Chulinov immer noch kommen kann. Dafür müssen aber eben einige Komponenten dann, je länger es ein Transferfenster dauert, zusammenpassen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.